Malaysia, extreme Hitze, extreme Luftfeuchtigkeit und Geckos im Hotelzimmer. Malaysia, 5,5 Kilometer, 56 Runden, alles in allem 310 Kilometer, 6 Geraden, 3 langsame Kurven, 2 ideale Überholmöglichkeiten, Topspeed 297 kmh. Salamat Atang, willkommen in Malaysia, ich nehme Sie mit, eine Runde im Red Bull Formel 1 Simulator. Runter zur ersten Kurve, ungefähr bei einem Meter wird angebremst, Malaysia ist eine unheimlich breite Strecke, Kurve 1 eine der besten Überholmöglichkeiten auch. Und nach der Spitzkehre folgt sofort die nächste, Kurve 2, es geht leicht bergab und dann beschleunigt man in diesem Rechtsbogen hoch, hin zur Kurve 4, Vollgas, siebter Gang, hartes Anbremsen, schwer den Schaltpunkt einzusehen. Man fährt ein bisschen ins Blinde hinein, bergauf, früh ans Gas und dann kommen zwei wunderschöne Kurven. Links, rechts, fünfter Gang, sehr schnell, fast Vollgas, macht unheimlich viel Spaß, es zieht am Nacken. Und man kommt relativ schnell zur nächsten Kombination, ein Doppelrechts, die zum Ende hin ein bisschen zu macht, der erste Teil noch relativ schnell und dann weiter abbremsen in den zweiten Teil. Früh ans Gas, auf die Gegengerade, in die nächste Spitzkehre, extrem schwer, der Knick wird leicht, es geht bergauf und es hat wenig Traktion. Hinaufschalten, rechts, Kurve und dann für Malaysia typisch in der Kurve wird angebremst und die Kurve macht zu. Hochbeschleunigen, fünfter, sechster Gang, der Linksknick extrem schnell und dann eine weitere Rechtskurve, in der Kurve angebremst werden muss, was das Auto extrem leicht macht. Früh ans Gas wieder, hin zur letzten Gerade, bietet auch wieder eine unheimlich gute Überholmöglichkeit in die letzte Kurve hinein. Spitzkehre, hartes Anbremsen, auf das Auto warten, in der Mitte der Kurve warten, bis das Auto gedreht hat und dann wieder ans Gas, um den ganzen Speed mitzunehmen auf die Start-Zielgerade. Das war eine Runde in Malaysia. Bis zum nächsten Mal.